Willkommen zum nächsten Trainingsplan-Video. Wir haben ein kleines Trainingslager-Add-on für euch. Es ist Anfang Januar und die Ersten überlegen jetzt, wo fliegen wir hin? Girona, Mallorca, Lanzarote, was machen wir denn, um die ersten Sonnenstrahlen und die ersten Ten-Lines uns auf die Arme zu zimmern? Und dafür haben wir euch ein bisschen Inhalt zur Verfügung gestellt und das gehen wir mal gemeinsam durch. Verschiedene Zeiträume, verschiedene Leistungslevel und was da relevant ist und was da euch erwartet, das gucken wir uns gemeinsam an. Einmal zur Einordnung, wo befinden wir uns denn? Wir haben ja schon mal das letzte Mal angesprochen, der Strukturbaum der Trainingspläne. Der wird hier noch deutlich erweitert. Ich habe von euch super viel Feedback bekommen in den Kommentaren. Das war richtig genial. Ich habe auf jeden Fall mir eine Liste komplett vollgeschrieben, was wir alles an Trainingsplänen noch brauchen. Und dieser Trainingslager-Trainingsplan, den wir jetzt heute darstellen, der kommt quasi in diese zwölf Wochen, an die zwölf Wochen oder an den zwölf Wochen Baseplan. Sechs oder zehn Stunden, erstmal egal, dran gebabbt. Also von der Seite kommt er quasi raus, bevor wir in den Decision Point gehen, in welche Richtung wir uns qualifizieren wollen für dieses Jahr. Können wir den als Add-on, als zwei Wochen oder zehn Tage Add-on da ranpacken. Und der ist aufgeteilt einmal in zehn Tage Zeitraum oder 14 Tage Zeitraum. Einmal für Pro oder für Ambitious, also für ambitioniert. Und das gehen wir gleich in Ruhe nochmal durch. Viel länger habe ich erstmal nicht gemacht, weil es für die meisten Leute meiner Meinung nach noch nicht relevant ist. Für diejenigen, die jetzt drei Wochen ins Trainingslager fahren, die können jetzt Inhalte aus der ersten Woche auch gerne nochmal hinten dran hängen. Oder die Struktur aus den jeweiligen Trainingsblöcken nochmal hinten dran hängen. Guckt einfach, dass ihr das dann entsprechend nicht zu überladet. Einen der Pläne zeige ich euch jetzt einmal. Das ist der Pro-Bike-14-Tage-Trainingslager-Ambitioniert-Plan. Zur Verständlichkeit steht auch im Text drin, ambitioniert bedeutet, erstmal sehr grob gefasst, alle, die sich tendenziell eher in ambitionierteren Bereich einordnen. Sprich, Schwelle habe ich mal definiert einfach als unterhalb der 300-Watt-Marke. Alle Pro, die sich als Pro einstufen, sind oberhalb der 300-Watt-Marke. Das ist erstmal nur eine reine, sehr objektive Klassifizierung. Jeder, der jetzt irgendwie Bock hat, kann natürlich auch in die 300-Watt-Drüber-Marke einspringen. Oder auch diejenigen, die sagen, ja, ich will ein bisschen weniger vielleicht machen, die können auch in den ambitionierten Bereich reinspringen. Das ist natürlich jetzt nicht bitte so als fixen Wert zu verstehen. Der Unterschied liegt darin, dass die Intensitäten im Lid-Training noch ein bisschen angepasster sind. Sprich, diejenigen, die unterhalb der 300-Watt-Marke liegen mit der FDP, die können ihr Lid-Training manchmal so einen Ticken intensiver fahren. Die, die oberhalb der 300-Watt-Marke sich aufhalten, die sollten ihr Lid-Training vielleicht ein bisschen reduzierter in Prozent der FDP fahren. Das hatten wir auch schon mal in dem Video angesprochen mit dem Lid-Training, dem Fat-Max-Training. Das ist der eine Unterschied. Dann ist der zeitliche Unterschied noch ein gewisser, ein anderer. Das heißt, der ambitionierte Plan hat einen kleinen gezeitlichen Umfang nochmals, der Pro-Plan. Aber auch dort, jeder, der sagt, ich habe jetzt an dem Tag noch ein bisschen mehr Zeit, der kann auch ein bisschen mehr natürlich machen. Ihr solltet auf jeden Fall es erst einmal hinbekommen, den Trainingsplan generell schaffen zu können. Wir beginnen natürlich wieder mit einer kleinen Beschreibung, was euch in dem Trainingsplan erwartet. Dann kommen wir hier auf die Wochenansicht, könnt ihr wieder ein paar, die einzelnen Tage durchklicken. Und dann seht ihr hier nochmal einmal, Weekly Average liegt bei 21 Stunden 30. Das heißt, wir sind bei knapp 20 Stunden oder ein bisschen über 20 Stunden in der ersten Woche und bei 23 Stunden in der zweiten Woche. Das ist jetzt auch erstmal viel Umfang. Ja, es ist ja auch ein Trainingslager, wir wollen ja auch viel machen. Die letzte Einheit am Abreisetag, da habe ich euch nochmal ein kleines Infofenster reingeschrieben. Da klickt ihr mal drauf und da seht ihr einen Screenshot. Der ist nicht in eurem Plan enthalten, aber da ist ein Screenshot, wie theoretisch die folgenden Einheiten für euch aussehen könnten. Je nachdem, wann ihr abreist und wie die nächsten Tage geordnet sein könnten. Das heißt, ihr könnt jetzt sagen, ihr machten zwei Wochen einen Trainingsplan. Dann macht ihr eine Recovery Week, wo es ein bisschen reduzierterer Umfang da zu absolvieren ist. Und dann könnt ihr in euren Baseplan wieder reinspringen und schauen, wo ihr weitermachen wollt, an welcher Stelle und dann mal schauen, ob das mit eurem nächsten Training quasi kombinierbar ist. Oder ihr setzt dann quasi nach der Erholungsphase den nächsten Plan drauf, sprich irgendwie eine spezifische Phase. Wie ihr es aus den Einheiten gewohnt seid, könnt ihr einmal auf die Einheiten klicken und dann seht ihr die Inhalte des Tages, sprich wie ihr das Warm-Up-Protokoll machen wollt oder wie lange die Warm-Up-Zeiten sind. Dann die Schlüsselanheiten des Tages, sprich in dem Fall hier drei Stunden. Dann ein paar Intensitäten und hier unten natürlich nochmal eine Vorgabe mit Empfehlungen für Kohlendrahtmengen, Aufnahmeraten, die ihr dann entsprechend zuführen solltet. Sowie dann den Trainingsentlastungstagen, dann ein paar Hinweise, sprich auch zur Ernährung, Proteinzufuhr und so weiter, was ihr am besten machen könnt, um euer Training optimal zu gestalten. Inhaltlich orientiert sich der Trainingslagerplan natürlich stark an Erhöhung der Umfänge und vor allem der sukzessiven Aufbreitung der Erhöhung der Umfänge. Also wie kann ich das Ganze quasi maximal nutzen, ohne mich komplett in der ersten Woche zu zerschießen. Da werden trotzdem noch VZ Max Intensitätseinheiten stattfinden, sprich insgesamt sind es dann im 14-Tage-Plan zwei Einheiten, die ihr dann aber gut darin integrieren könnt. Das Ganze gesplittet dann nochmal, müsst ihr dann genau reinschauen. Das heißt primär ist die Orientierung der Fokus auf Umfänge, etwas Reduktion der VLA Max durch die Ka-Intervalle, die Kraftausdauerintervalle und dann noch ein paar spezifische Sachen wie Sprint Endurance und so weiter. Könnt ihr mal in Ruhe reinschauen. Das Ganze, den ganzen Plan findet ihr jetzt ab sofort wieder auf der Seite von ProBike, sprich hier einmal, wo die Access-Planer, die Base-Planer zu finden sind. Jetzt hier unten einmal die ProBike, in dem Fall 14-Tage-Trainingslager, ambitioniert zu finden. Das Ganze kostet 14,95 Dollar, so wie die anderen Pläne dann auch und dann müsst ihr einfach schauen. Wie gesagt, es gibt 10 Tage, 14 Tage, so wie Pro und ambitioniert. Und dann hat der so ein bisschen Anleitung, quasi wie so eine kleine Guideline, wenn ihr euer Trainingslager optimal jetzt in der Sonne ausnutzen wollt. Und wie ihr es gewohnt seid, schreibt wieder gerne euer Feedback hier unter das Video, ob euch der Plan gefallen hat, ob euch das geholfen hat, ob euch etwas gefehlt hat, ob ihr dann vielleicht Ergänzungen bräuchtet. Schreibt hier unten wieder in die Kommentarleiste, das hier ist das Video für die Trainingslagerpläne. Dann kann ich da reinschauen und mir das Ganze rausziehen und dann entsprechend für die nächsten Pläne überarbeiten. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und ab sofort auch hier unten zu finden in der Infobox einmal alle Trainingspläne für Trainingslagerinhalte. Untertitelung des ZDF, 2020